Genau genommen ist das, was ich jetzt mache oder was ich bringe, eine Fortsetzung von der Predigt von vor langer, langer Zeit. Das hätte eigentlich direkt danach passieren sollen. Damals musste der Horst einspringen, weil ich krank war. Gut, das soll jetzt kein Minitekel sein. Horst wird jetzt hoffentlich auch bald wieder gesund. Hat noch jemand Erinnerung daran, was das letzte Thema war? Ich bin ja Lehrer, ich muss das fragen. Und genau genommen ist es eigentlich auch eine, und das wussten wir voneinander nicht, eine Fortsetzung dessen, was der Uli die letzten Wochen auch gepredigt hatte. Und der Titel entstand eigentlich auch aus dem Gespräch, als wir am Schluss des letzten, also nach der Predigt von mir zusammenstanden in unserem Bibeltreff. Und die Leiterin dann eben sagte, ja, weil ich sagte, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und dann sagte sie, ja, wir sind doch eigentlich immer Lernende. Und das war dann der Titel. Also, Erinnerung vielleicht, ich hatte darüber gesprochen über dieses, den neuen Menschen anziehen und dass mir das immer so fremd erschien. Bis ich dann eben ein Buch las von einem Neutestamentler, N.T. Wright, Glaube, was dann? Und da erzählt er diese Geschichte von Captain Sallenberger. Wissen jetzt vielleicht auch manche nicht, worum es sich bei dem dreht. Es dreht sich um diesen Mann, beziehungsweise erstmal um das, was er getan hat. Nämlich am 15.01.2009, das Flugzeug war so ungefähr auf 900 Meter Lufthöhe, kamen Vögel, sind in einen Vogelschwarm geraten und alle Triebwerke, es waren zwei, sind ausgefallen. Und sie hatten noch kaum Zeit zu überlegen, was jetzt tun. Der Flug ging in New York los und drei Minuten, 26 Sekunden später hat der Captain Sallenberger dieses Flugzeug erfolgreich im Hudson gelandet. Und auf die Frage, wie kann man in so kurzer Zeit so eine Entscheidung eigentlich oder solche Entscheidung treffen von dieser Tragweite, wo lande ich jetzt, wenn das Flugzeug nicht fliegen kann mehr, hat er geantwortet, mein ganzes Leben hat zu dieser sicheren Landung geführt. Und darum geht es, dieses Pilotendasein war ihm eben nicht in die Wiege gelegt, es war ihm zur zweiten Natur geworden. Seine täglichen kleinen, vielen, vielen kleinen Entscheidungen haben letztlich dazu geführt, dass er diese Entscheidung auch treffen konnte und es erfolgreich landen konnte. Und da sind wir genau bei diesem Punkt, den der Uli auch schon eigentlich angesprochen hat. Im Englischen, wenn man es ins Deutsch übersetzt, da klingt es ein bisschen holprig. Erst machen wir unsere Entscheidungen und dann machen die Entscheidungen uns. Oder jetzt zitiere ich tatsächlich aus der letzten Predigt, unseren Dichterfürsten, das hat der Uli letzte Woche auch gebracht. Achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu Charaktereigenschaften. Und achte auf deinen Charakter, er wird dein Schicksal. Oder, er hat vorhin auch schon die Griechen zitiert, kurz gefasst, Heraklit. Der Charakter ist das Schicksal des Menschen. Und deswegen spielt in der Bibel Charakter und Charakterformung auch so eine große Rolle. Und da kommt dieser Begriff eben, was die Bibel als Jüngerschaft bezeichnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Begriff. Ich habe mich immer gefragt, Jüngerschaft. Also gibt es ein, Entschuldigung, dämlicheres Wort? Was heißt Jüngerschaft? Bis ich mir halt jetzt dann doch die Mühe gemacht habe, mal nachzuschauen, was heißt das eigentlich? Jüngiro aus dem Althochdeutschen, wohl auch im Mittelhochdeutschen noch verwendet. Schüler, Adept, Novize. Gut, das kann durchaus Sinn ergeben, aber wer weiß denn das heute noch, außer vielleicht Dr. Google oder das Internet. Also von daher, dieses Wort ist nach wie vor für mich eins, wo ich sage, vielleicht holprig. Im Englischen heißt es Discipleship. Und das finde ich wiederum eigentlich auch wieder ein sehr hilfreiches Wort, zumindest mit dem, was ich da assoziiere. Zum einen Disziplus, der Schüler. Gut, da haben wir wieder den Schüler drin. Aber in Disciple steckt ja die Disziplin drin, die Disziplin. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal auch so genannt, Jüngerschaft Disziplinschaft. Und damit habe ich jetzt natürlich ein richtiges Unwort gebraucht. Das Wort Disziplin hat jetzt nicht unbedingt jetzt einen besonders guten Läumund. Und gerade auch, ich sage mal, in protestantischen Kreisen vielleicht auch nicht. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, an vielen Stellen ist es doch uns sonnenklar, dass wir Disziplin brauchen. Das kann der Uli auch bestätigen, wenn er Tischtennis spielt. Wenn der da jetzt die ganze Zeit dann am Abend vorher irgendwie jetzt einfach allein, wenn es ein Spiel ist, und es ist ein wichtiges Spiel, dann kann er abends vorher nicht irgendwie rumlumpen. Wenn er es macht, dann soll er es jetzt nicht sagen. Okay, aber du musst trainieren. Also insofern die Frage, wo kommt eigentlich dann ausgerechnet im Glauben dieser schlechte Ruf her? Und ich glaube, das haben wir eben auch durchaus unserem Augustinermönch zu verdanken. Luther, der eben vor lauter Disziplin gar nicht mehr wusste, Mensch, wie kann ich als Kind Gottes denn überhaupt leben, der diesen in Kampf geführt hat? Und dann diese Entdeckung, ich bin gerettet aus Gnade. Er hat ja dann sogar im Römerbrief dieses Wort allein ergänzt, was da ja gar nicht drinsteht, allein aus Gnade, sola gratia. Diese Ergänzung hat aber auch dazu geführt, dass zumindestens es mir auch so ging, und ich glaube, das ist auch so eine Tradition in der Reformation dann geworden, oder dann im Weitergang, diese Heidenangst vor Werksgerechtigkeit. Um Himmels Willen ja nicht in Versuchung geraten, werksgerecht zu erscheinen. Und deswegen hatte Luther dann auch beispielsweise, und das kann ich gut nachvollziehen, denn mir ging es haargenau so, jahrelang und wahrscheinlich immer noch ganz große Probleme mit dem Jakobusbrief, den Luther ja als diese strohene Epistel bezeichnet hat, denn da gibt es das nächste protestantische Unwort oder den Unvers, der Glaube ohne Werke ist tot. Das ist jetzt etwas, wo wir natürlich dann zu zahnen haben, wenn da jetzt dann gerade vom Römerbrief kommt, ja, Glaube ohne Werke. Was mir geholfen hat, ich habe ja erzählt, ich bin ja selber als Dozent, Lehrer, was auch immer das sein mag, was ich da eigentlich bin, das weiß ich selber nicht so genau bei Siemens. Was für mich ein Schlüsselerlebnis war, ich hatte mal so einen jungen Azubi oder Schüler oder Studenten, was auch immer, und wenn ich den gesehen habe, habe ich gedacht, warum sitzt der eigentlich hier? Der saß immer so da oder so, also irgendwie so, ja, also Augen schon manchmal offen, und dann gehe ich halt mal zu ihm hin und sage, Sie müssen doch diese Ausbildung nicht machen. Also wenn Sie so Probleme haben und keine Motivation dazu, Sie müssen sich das doch nicht antun. Wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Ich bin doch motiviert. Ich kann es gar nicht nachmachen, ja, also es war so richtig, ich kann es nicht nachmachen, ich bin doch motiviert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann informieren Sie mal Ihr Gesicht davon. Dann informieren Sie mal Ihr Gesicht davon, ist für mich plötzlich wichtig geworden, es war plötzlich an mich gerichtet. Informiere mal dein Gesicht davon. Es drückt sich doch aus. Motivation findet ihren Ausdruck. Ich habe nicht erwartet, dass die 24-7-Grinsen vor mir sitzen. Ja, das ist überhaupt nicht die Erwartung. Aber dieser Grundmodus, jetzt in dem Fall motiviert zu sein, findet doch seinen Ausdruck. Und deswegen glaube ich auch, Jakobus könnte man auch anders formulieren, ein Glaube, der nicht zum Ausdruck kommt, ist ein toter Glaube. An der Stelle möchte ich aber auch einen ganz wichtigen Einschub bringen. Es geht jetzt hier nicht, wenn das jemand so hört, wie ich es oft gehört habe, dann die Frage, um Himmels Willen, bin ich überhaupt noch ein Kind Gottes? Wie ist es mit der Errettung und so? Darum geht es jetzt im Moment überhaupt nicht, sondern es geht darum, dieses, was uns geschenkt ist, zu leben. Dass das im Leben Wurzeln bekommt. Und wir wissen doch instinktiv eigentlich, dass Jesus Recht hat, wenn er so schön im Lutherdeutsch sagt, ich liebe Lutherdeutsch, Wes des Herz voll ist, das geht der Mund über. Ist ja sogar ein Sprichwort geworden, weiß nicht, ob es noch so gebräuchlich ist. Wes des Herz voll ist, das geht der Mund über. Informieren Sie Ihr Gesicht davon. So, wir kommen also zu der eigentlich ganz entscheidenden Frage, womit fülle ich denn mein Herz? Oder mit womit fülle ich mich? Oder vielleicht ist noch die entscheidendere Frage, wem gebe ich denn die Erlaubnis, mich zu füllen? Wem gebe ich die Erlaubnis, mich zu füllen? Und auch wenn es für uns jetzt vielleicht sogar naheliegend ist, und wir sagen, okay, wir sind ja tagtäglich davon umgegeben, wir sind zum Beispiel immer wieder ja auch, ob wir wollen oder nicht oft schon, Werbung ausgesetzt. Die fragen nicht nach der Erlaubnis. Werbung, wie funktioniert eigentlich Werbung? Wie funktioniert Werbung? Werbung operiert doch eigentlich die ganze Zeit mit Eindrücken, mit Bildern, mit Sehnsüchten, mit Empfindungen. Und wer von euch muss ganz ehrlich vielleicht auch mal sagen, hat sich vielleicht doch irgendwas gekauft, was er gar nicht haben wollte? Oder sie. Also da hat es die Werbung, die funktioniert ja. Es sind einfach Eindrücke, Sehnsüchte werden geweckt. Was besonders interessant ist, womit arbeitet Werbung eigentlich nicht? Mit Informationen. Mir ist es schon mal auch passiert bei der einen oder anderen Werbung, ich sagte, worum geht es hier eigentlich? Also um welches Produkt meine ich jetzt? Also selbst das bleibt manchmal sogar fast auf der Strecke. Da geht es überhaupt nicht um irgendeine Form der Information, sondern einfach nur darum, letztlich dich zu manipulieren. Arbeite also nicht mit Informationen oder Fakten. Wie kommen wir jetzt aber eigentlich auf die Schnapsidee? Wem gebe ich die Erlaubnis? Wie kommen wir jetzt aber auf die Schnapsidee, dass die bloßen Informationen, die wir zum Beispiel in unserer täglichen Bibel lese, 15, 15 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch in der Predigt aufschnappen, ausreichen, um das zu bewerkstelligen, was die Bibel sagt? Ein neues Leben. Dass wir erneuert werden. Wie komme ich auf die Idee, dass das ausreichen könnte, wenn ich diese Erlaubnis gegeben habe, allem Möglichen mich zu füllen oder ich eben tatsächlich anderen erlaube, mein Gehirn zu waschen. Das mag euch jetzt vielleicht ein bisschen extrem vorkommen, wenn ich jetzt gerade sogar von Gehirnwäsche spreche. Aber ich behaupte, wenn ich jetzt hier bei dem Umgang mit Social Media, mit dem Internet, mit dem Fernsehen, mit all den Angeboten, die täglich auf uns einprasseln, nicht bewusst umgehe, dann werde ich halt unbewusst irgendwo anders hingelenkt. Wem gebe ich also alles die Erlaubnis, mein Gehirn zu waschen? Und wenn du da vielleicht noch nicht drüber nachgedacht hast, ist es vielleicht wert, drüber nachzudenken. Und wenn du denkst, ich übertreibe jetzt hier, dann möchte ich dir mal folgende Sachen noch erzählen, was ich jetzt vor kurzem oder vor ein paar, ich weiß gar nicht, wann ist ja wurscht, vor ein paar Monaten gelesen habe, von einem Mann, das hat mir doch schwer zu denken gegeben, ich weiß nicht, wer ihn kennt, wer kennt Reed Hastings, weiß das jemand? Sollte vielleicht langsam durchdringen, denn der hat eine ganz, ganz klare Mission. Netflix-Chef. Also Netflix, ich weiß jetzt nicht, viele von euch seid vielleicht nicht Generation Netflix, aber was der gesagt hat, dieser Serien-Streaming-Dienst, das hat mich so tief erschüttert, dass ich euch das weitergeben möchte, Reed Hastings, als es darum ging, dass neue Anbieter in diesem Streaming-Markt aufkamen, Netflix ist ja der Platzhirsch bei den Streaming-Dienstanbietern, gab es Diskussionen wohl im Mitarbeiterkreis, so nach dem Motto, Mensch, die Konkurrenz und so weiter, die jetzt aufkommt und dann hat er wohl zu seinen Mitarbeitern gesagt, wir konkurrieren etwa mit Amazon oder anderen Streaming-Anbietern? Wir konkurrieren nicht damit, wir konkurrieren mit dem Schlaf. Wir konkurrieren mit dem Schlaf. Und wir gewinnen. Und weil ich schier nicht glauben konnte, das las ich in einem Buch, habe ich versucht, dieses Interview rauszukramen und es kommt eigentlich noch schlimmer. Also wenn du denkst, es kann nicht mehr schlimmer werden, wir konkurrieren mit dem Schlaf. Er sagt auch, Binge-Watching, das ist dieses, im Deutschen gibt es wohl Serien-Bingen mittlerweile, das kannte ich noch nicht, also ich nenne es jetzt mal Koma-Glotzen. Ja, das ist vielleicht eine passende Übersetzung. Koma-Glotzen ist großartig, denn es gibt dir die Kontrolle, hat er auch gesagt, in demselben Interview. Und da frage ich mich, da frage ich euch, welches Geistes Kind ist das eigentlich? Es gibt dir die Kontrolle, wir konkurrieren mit dem Schlaf und wir gewinnen. Und deswegen behaupte ich, wenn jetzt jemand denkt, ich habe jetzt bislang übertrieben mit so einer Formulierung wie Gehirnwäsche, ich behaupte, ich kratze gerade mal an diesen Eisberg-Realitäten, ganz oben am Eisberg. Oder was die Bibel vielleicht auch als Mächte und Gewalten bezeichnet. Und hey, Stings, bitte, es geht mir jetzt nicht um diesen Mann als solches, der ist ein Symptom dessen, was uns tagtäglich umgibt. Sind wir uns bewusst, dass ein Kampf in unserem Kopf, zwischen unseren Ohren stattfindet? Sind wir uns im Klaren darüber, dass dort ganz vieles an uns zerrt? Johannes hat es in seinem Brief ganz knapp formuliert. Der ist manchmal, dieser Johannesbrief, der ist ja so voll von Sätzen, wo du denkst, wie passen die eigentlich zusammen, aber so einzeln kommt man, manchmal sind die so richtig passend. Der Erste, wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine Zusage, die können wir gar nicht hoch genug einschätzen. Und all denjenigen, die vielleicht jetzt das noch nicht für sich wissen, wirklich, ich kann dich nur einladen, frag Jesus Christus. Wir haben vorhin auch im Macht hoch die Tür gesungen, ich lade dich ein, oh Heiland Jesu Christ. Dass du meins Herzens okay, ihr wisst es ja, ich bin jetzt gerade, ich habe mich im Gedanken. So, also wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Singt nochmal den vierten Vers auch selber für euch. Und die ganze Welt ist unter der Kontrolle des Bösen. Das ist derselbe Satz, das ist derselbe Vers. Also das hat Johannes damals und das ist fast, das ist der vorletzte Vers oder der vorvorletzte Vers. Das hat Johannes da geschrieben. Oder die Welt ist des Bösen oder was auch immer, wie es übersetzt wird. Die Bibel ist also hier voll von dieser Erkenntnis und auch der Ermahnung, dass wir uns dem bewusst aussetzen. Und die Bibel zielt eben sehr wohl immer wieder auf dieses Zentrum ab. Was ist nämlich in der Bibel das Zentrum des Menschen? Und da haben wir vielleicht ein anderes Verständnis heute, als das, was die Bibel eigentlich hat. In Sprüche zum Beispiel 4,23 gibt es diesen Vers, der mich damals auch so tief bewegt hatte. Vor allem anderen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Vor allem anderen. Lies die Bibel, bete, evangelisiere, alles gute Dinge. Aber da steht was anderes. Vor allem anderen, bewahre oder bewache dein Herz. Bewahre oder bewache dein Herz. Das ist der Fokuspunkt, den die Bibel immer wieder setzt. Es geht um unser Herz. Es geht um dein Herz. Es geht um mein Herz. Was ist eigentlich das Herz? Ja, es ist jetzt so dieses, was wir heute immer nur mit den Empfindungen verbinden, so die Gefühlsebene. Für die Bibel waren die Gefühlsebene dort auch beheimatet, die Empfindungen. Aber es ist genauso der Sitz des Denkens und es ist der Sitz des Willens und des Wollens. Es ist so das Zentrum der Persönlichkeit. Jetzt kommen wir wieder auf das Wort Charakter. Unser Wesen. Denn. Denn. Warum soll man es bewachen? Es ist die Quelle deines Lebens. Von ihm geht das Leben aus. Es bestimmt den Kurs deines Lebens. Es sind jetzt verschiedene Möglichkeiten, diesen Vers fortzusetzen. Darum geht es. Es geht um das Herz. Und im Neuen Testament die Ermahnung dann eben, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist, zielt genau darauf immer wieder ab. Das ist nicht eine einmalige Geschichte. So irgendwann mal, je nachdem, wie ihr es persönlich erlebt habt, vielleicht dann etwa jemand sagt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Das ist nicht einmalig. Lasst euch erfüllen täglich. Die Gedanken, der Sinn, das Herz, das ist in der Bibel, das sind keine getrennten Schubladen. Das ist alles so ineinander verwoben. Genau das, was auch der Uli angesprochen hatte. Das griechische Denken, das prägt uns. Schubladen. Man muss alles konzeptionell genau verstehen, wie das Schwimmen funktioniert. Und der hebräische Schüler landet im Wasser. Mit dem Lehrer zusammen. Das ist der wichtige Punkt. Der geht da nicht einfach unter. Und so komme ich jetzt zu, meines Erachtens, es gibt viele Verse, die zu diesem Azubi-Sein Jesu, das ist eigentlich ein Begriff, den ich viel lieber mag. Schüler, Azubi. Schüler hat wieder heute so viel mit dem rein theoretischen Lernen. Die Azubis, die lernen eben tatsächlich oftmals, indem sie es tun. Deswegen sage ich, Azubi schafft Jesu. Oder auch Gehirnjüngerschaft oder Herzjüngerschaft. Wie auch immer. Vielleicht, wie ihr das nennen wollt. Und einer der, meines Erachtens, Kernverse, der auch schon hier häufiger zitiert wurde, Philippa 4, Vers 8. Was auch immer ist, ja, was kommt da jetzt? Ich habe es jetzt ein bisschen umformuliert und habe mir mal so angeguckt, was sind mögliche Übersetzungen dessen, was dann kommt. Was auch immer ist wahr. oder nobel oder ehrbar. Recht, gerecht, rein, bewundernswert, empfehlenswert. Falls irgendetwas exzellent oder anbetungswürdig, weil irgendetwas kostbar ist, darüber sinne nach. Darüber sinnet nach. Oder ich habe so aus dem Englischen, fand ich so eine schöne Formulierung, verweilet bei diesen Dingen oder sogar wohnet bei diesen Dingen. Da wohnet. Unser Denken soll dort verankert sein. Worüber sollen wir nicht nachsinnen? Was könnte der Kollege damit gemeint haben, dieser miese Ratte? Oder der Freund, der dich irgendwie doch geärgert hat. Auch Sorgen, Ängste. Das ist genau das, wo wir uns auch ablenken lassen, glaubt ich. Wenn wir da verweilen im Sinne dieses Wortes, dann machen wir das Gegenteil von dem, was Paulus uns gesagt hat. Und dann passiert auch das Gegenteil von dem, was Paulus hier im Sinn hat. Informieren Sie mal Ihr Gesicht davon. Wenn es das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und das Interessante hier bei diesem Wort, sinnet nach, verweilet, wohnet bei diesen Dingen, im griechischen Logizomai, da kriegen wir, kommt eigentlich so dieses logische Denken sogar her. Er interpretiert es auch als völlig logisch, so zu denken. Es ist für uns auch logisch, so zu sinnen. Rede ich jetzt hier von einer rosa-roten Brille? So nach dem Motto, ich sehe immer nur das Gute? So, ich hatte ja das auch schon mal gemacht, so Brille aufsetzen, so nach dem Motto, rede ich jetzt von einer rosa-roten Brille? Ja, jetzt sehe ich auch die Leute schärfer, weil ich bin kurzsichtig, habe ich schon mal erzählt. Ich sehe euch jetzt viel besser, aber damit kann ich das Zeug ja nicht mehr lesen. Ich gebe zu bedenken erst einmal, dass jede Weltsicht, und jeder von uns hat eine Sicht auf diese Welt, dass jede Weltsicht eine Brille ist. Wir schauen immer durch Brillen durch. Wir sehen nicht die Realität. Es ist immer etwas, und die Neurologie lehrt uns das mittlerweile auch, und die Neurowissenschaften, es ist auch ein Abbild dessen, was hier entsteht. Und die Frage ist jetzt eben an der Stelle, was will ich denn fokussieren? Was fokussiere ich denn? Und zum Zweiten geht es eben auch überhaupt nicht um Verdrängung, oder jetzt das, was eben alles auch Realität ist, nicht wahrzunehmen. In dem Philippabrief, im selben Kapitel heißt es eben auch, eben beispielsweise im Vers vorher, oder waren es zwei Verse vorher, in allen Dingen lasst eure Anliegen, das, was euch auch bedrängt. Mit Bitten und Flehen und Danksagung vor Gott kommen. Oder alles, alles Furchtbare, alles Leid ist da eingeschlossen. Das geht nicht um ein Verdrängen. Und die Bibel, behaupte ich, ist sogar ein Buch, was Realitätsnähe oft gar nicht sein kann. Was auch immer wahr ist, nobel, darüber sinnet nach, da verweile. Und das Zweite, ein zweiter Vers, den ich da an der Stelle sehr hilfreich finde, oder eine Versgruppe, 2. Korinther 10, 3 bis 5, dass uns das auch nochmal, die fokussieren das auch nochmal, was ich gerade eigentlich schon mal gesagt hatte. Wir führen zwar unser Leben in dieser Welt, unseren Kampf führen wir aber nicht gemäß der Welt. Ja, die, wörtlich des Fleisches, im Fleisch und Kämpfen nicht gemäß des Fleisches. Unseren Kampf, da kommt dieses Wort schon mal mit dem, halt, das wollte ich noch nicht einblenden, mit dem Kampf. Warum geht denn das beides jetzt los? So, da kommt der Kampf schon ins Spiel. Ist uns das bewusst, dass wir eben immer wieder auch in einem Kampf leben, der sich eben zwischen unseren Ohren abspielt. Das ist das, wo wir es heute beheimaten, das, was die Bibel als Herz bezeichnet. Wie geht es weiter? Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von dieser Welt, sondern sind mächtig durch Gott, Festungen zu zerstören. So reißen wir Gedankengebäude ein, alles Anmaßende, das sich dagegen erhebt, Gott zu kennen oder Gott zu erkennen. Und diese Gedankengebäude, das, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, das hat mich so angesprochen, dass die wirklich so richtig massiv sein können. Das sind richtig Festungen. Wenn du so Glaubenssätze hast, so nach dem Motto, und das war so einer von meinen, es klappt ja doch nicht oder es ändert sich ja doch nichts. Das ist so tief dann drin, das verankert sich und wird ständig wiederholt. Oder anderes, ich bin halt nun mal so ängstlich. Für wen auch immer es passt, überleg mal, was sind deine Glaubenssätze? Was sind deine vielleicht so, man redet ja auch manchmal so von inneren Schwüren, von eingebrannten Erinnerungen, was auch immer. Wenn du wüsstest, was diese Person mir je angetan hat, dann könntest du auch nicht vergeben oder was auch immer. Dann wüsstest du, wie es mir ginge. Oder auch bei vielen so diese Gedankenfestung von einem möglicherweise fernen, aber auch sehr willkürlich unberechenbaren Gott. der einfach nur darauf wartet, wann macht er jetzt was falsch? Wo könnte ich jetzt wieder einen reinwirken? Das sind so Gedankenfestungen, die, ob wir wollen oder nicht, tatsächlich wie dieser Eisberg unser Denken oft viel stärker bestimmen als das, was wir in der Bibel lesen. Und deswegen, wir kämpfen nicht eben gegen Fleisch und Blut, sondern eben auch gegen solche Festungen. So reißen wir Gedankengebäude an, alles Anmaßende, das sich dagegen erhebt, Gott wirklich so zu kennen, wie er wirklich ist. Und dann geht es weiter. Und so nehmen wir jeden Gedanken gefangen, um Christus zu gehorchen oder führen jeden Gedanken dem Gehorsam Christi zu oder wie auch immer die Übersetzung lauten mag. Ich habe es mal versucht, so zu formulieren, jeden Gedanken. Wir haben ein interessantes Experiment jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt machen wir mal fast schon egal wie kurz, nur 15 Sekunden reichen schon. Denke mal jetzt 15 Sekunden lang an nichts. Nichts. Und ich glaube, das hat schon ausgereicht und das Dauergeschnatter, was da immer dauernd in meinem Kopf los ist, dieses Dauergeschnatter ist schon losgegangen. Es ist jetzt müßig, sich jetzt darüber auszutauschen, was die Einzelnen gedacht haben. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Okay. Das gelingt uns nicht. Was kommen denn da alles für Gedanken? Wie kann es also jetzt aussehen mit diesem Gedanken und dem Gehorsam gegen Christus? Jeden Gedanken denken? Für mich war es eine Hilfe, zum Beispiel einfach nur dieser Gedanke, jeden Gedanken in einen Dialog mit Jesus verwandeln. Und jetzt komme ich zu so einem Punkt, der vielleicht so ein bisschen bizarr an manchen wirkt, dass wir lernen und trainieren auch, uns klarzumachen, Jesus hat uns gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Er ist da. Er ist gegenwärtig. Und es gibt Menschen, die sagen, es hilft ihnen, sich zum Beispiel morgens beim Frühstücken einen leeren Stuhl neben sich zu stellen und zu wissen, Jesus sitzt jetzt auch neben mir. Er ist da. Ob das mag dir jetzt vielleicht ein bisschen fremd erscheinen, aber jeden Gedanken in einen Dialog, in ein Gespräch mit Jesus verwandeln. Ich denke auch an etwas, viele kennen ihn ja, Hans-Peter Reuer, den ehemaligen Leiter vom Tauernhof Bibelschule in Österreich, der davon sprach, er geht mit Jesus Kaffee trinken. Die Österreicher lieben ja ihren Kaffee und dann ist der wirklich ins Kaffee gegangen, hat sich hingesetzt, er hat keine zwei Tassen bestellt, sondern eine Tasse, aber dann eben gesagt, hat er mit Jesus geredet, so leise und erzählt, wie es ihm geht und dann hat er aber auch gefragt, Jesus, wie geht es dir denn? Beim Kaffeetrinken, er trinkt sonst mit allen möglichen Leuten, trank er Kaffee, warum nicht auch mit Jesus? Und so hat er das sich zur Gewohnheit gemacht, mit Jesus Kaffee zu trinken. Wenn das etwas ist, was dir hilft, dir bewusst zu machen, dass Jesus da ist, dann tu es doch. Alles, was dir hilft, dir das bewusst zu machen, diese Kernwahrheit der Bibel bewusst zu machen, warum nicht? Deine Lieblingsbeschäftigung mit Jesus teilen oder heute feiern wir nichts Abendmahl. Das Abendmahl hat uns Jesus gegeben, eben auch wirklich, dass wir es mit den Sinnen auch wahrnehmen, dass er gegenwärtig ist. Wenn ihr dies tut, so erinnert ihr an meinen Tod, an mein Sterben. Macht euch das klar. Oder eine andere Sache, Ignatius von Loyola, lies die Bibel mit allen fünf Sinnen. Wie das mit dem Geruchssinn geht, weiß ich zwar noch nicht so genau, aber lies die Bibel mal mit allen fünf Sinnen. Versetz dich doch mal in einzelne biblische Geschichten. Vielleicht nicht in jede, da gibt es schon ein paar, die kann ich nicht empfehlen, aber versetz dich mal rein. Du bist einer der Jünger oder eines der Kinder oder jemand, der bei der Speisung der 5000 dabei war. Ich entsinne mich selber, das ist schon viele Jahre her, es war eine Freizeit, wo wir waren und auf dieser Freizeit als größere Gruppe haben wir das Gleichnis des verlorenen Sohnes nachgespielt, Lukas 15. Und da gibt es ja diese drei wichtigen Personen, den Vater, den Jüngeren, den Verlorenen und den Älteren. Und wir waren eben dazu aufgerufen, uns eben auf die Gruppen aufzuteilen und ich stand bei den Älteren, bei dem Älteren. Und das war damals eine meiner größten Krisen, meiner damaligen Glaubenskrisen auch und ich stand, das ließ es auf mich wirken und ich merkte dieses, diese, es war jetzt nicht mehr nur so, diese Vorwürfe, die ich Gott alle machte, sie waren nicht nur da, sondern ich habe sie erlebt in dieser Situation. Ich sehe das noch heute, wie ich da stehe und in mir drin, ich merke, wie viele Vorwürfe ich Gott mache. Auch damit können wir zu Gott kommen und damit sollen wir zu Gott kommen. Also wie gesagt, was dir hilft, dir das zu vergegenwärtigen? Vielleicht willst du auch dieses Buch lesen, Leben in der Gegenwart Gottes. Ich glaube, das ist das, was du am Anfang des Jahres oder so zu Beginn des Jahres auch schon mal zitiert hattest, vom Bruder Lorenz. Also es sind eigentlich Texte vom Bruder Lorenz, ein Mönch aus dem 17. Jahrhundert und Frau Frank Laubach, jemand aus dem 20. Jahrhundert, Leben in der Gegenwart Gottes. So vieles von dem, was ich jetzt hier versuche, rüberzubringen, das muss leider unerwähnt bleiben und das Gesagte, das kratzt leider auch nur an der Oberfläche. Aber wenn du vielleicht tiefer bohren willst, lade ich dich ein. Ich habe hier fünf Exemplare. Nimm dir eines dieser Bücher, ich lege es jetzt hier auf unseren Adventstisch, Weihnachtstisch. Nimm dir eins, lies es, Kau drauf rum. Vielleicht kann es dir helfen, tatsächlich dieses Leben in der Gegenwart Gottes auch kennenzulernen, vielleicht manchmal sogar erst. Und auch gerade der erwähnte Hans-Peter Reue hat erzählt, der schon jahrelang als Bibelschullehrer gearbeitet hatte, dass dieses Büchlein für ihn zum Kernwohl wurde, einen Durchbruch im Glauben zu haben, endlich in der Gegenwart Gottes anzukommen. Andere hängen vielleicht noch an einer ganz anderen Stelle. Denn das ist natürlich auch so ein Punkt bei all dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir dann immer auch so die Frage, zumindest hat sie sich mir aufgedrängt, ist das jetzt alles Einbildung? Mache ich das nicht selber? Englisch make believe, mach glauben. Das mit dem, mit dieser Gedankenjüngerschaft, dieser Herzjüngerschaft, dieses Sinne darüber nach. Bilde ich mir da nicht was ein? Mache ich mir nicht die Welt, wie sie mir gefällt? Ich glaube, die Frage, die wir uns aber auch stellen müssen, ist eigentlich, glaube ich, dass jeder Gedanke, der da in meinem Kopf rumgeht, mein Gedanke ist. Glaubst du, dass alles das, was du denkst, deine Gedanken sind? Ich glaube, dass ganz vieles von dem, was uns durch den Kopf geht, eben nicht von mir gemacht ist. Das geht da zwar durch, ist aber nicht von mir gemacht. Und gerade dieses Jüngerschaftsthema, diese Azubi-Schaft Jesu, dieses ineinander verwoben sein, das ist dieses Zusammenspiel von dem Geist Gottes mit mir. durch mich, in mir. Ich glaube, das ist etwas, was wir einfach auch unterschätzen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich immer wieder klarzumachen, diese Gedankenausrichtung. Und es geht auch nicht primär um die Frage, ob es von mir gemacht ist, sondern was eigentlich gemacht wird. Richtet sich mein Denken und Sinnen an dem aus, was die Umgebung mir vorspielt oder was mir vielleicht die Medien vorspielen oder was auch immer? Ist das die reale Welt? Die einzig reale Welt? Wir hatten vorhin auch so eine kleine Diskussion, was ist eigentlich wirklich die Realität? oder die Realität, die sich ausrichtet an der Gegenwart Gottes, an der Wahrheit Christi. Zum Beispiel Korinther wieder, zweiter Korinther, deswegen ist jemand in Christus, so ist er bereits eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Oder Petrus, zweiter Petrus 2, damit er durch diese Verheißungen, das habe ich jetzt, also durch sie, steht da drin, Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Das sind Realitäten, von denen die Bibel schreibt. Ich zitiere hier auch jemanden, den ich auch sehr schätze, der hat eben auch ein Buch geschrieben, das allerdings nur auf Englisch existiert, was dieses Thema mit der Leben in der Gegenwart Gottes auch nochmal adressiert. Der liebt so die Wortspiele, der hat es dann Present Perfect genannt. Present Perfect. Und schreibt unter anderem, es sind eben keine Psychotricks, um uns besser zu fühlen, das habe ich jetzt falsch geschrieben, Entschuldigung. Gott ist gegenwärtig und wir sind gefüllt mit seinem Leben. Dementsprechend, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wenn wir in dieser Weise denken, dann bringen wir unser Sinnen lediglich in Einklang mit der Realität. Mit der Realität Gottes. Greg Boyd, Present Perfect. Das war für mich auch so ein ganz entscheidender Punkt, dieses, wir leben in dieser Realität und an der Stelle eben auch diese Betonung nochmal, was eigentlich der Titel eben ist, das ist ein andauernder Prozess. Ein andauernder Prozess des Lernens, des Azubi-Seins, Azubi-Jesu-Seins, das gehört dazu. Und diese Gedankenausrichtung, die Bibel greift es ja noch an anderen Stellen nochmal auf. Wir sind, und darauf sind wir angewiesen, in all diesem Lernen, in diesem Nachsinnen, dass wir fokussiert sind, fokussiert auf das, was Paulus auch so betont hat. Denn dem wurde immer vorgeworfen, Mensch, was du so redest, das klingt ja alles so seltsam. In deinen Briefen, da klingst du so kraftvoll. Und dann hat er gesagt, als ich mit euch geredet habe, wollte ich unter euch nichts wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten, um dann im Kapitel 15 auch zu schreiben, und den Auferstandenen. Das ist unser Zentrum, das ist unsere Ausrichtung, unser Fokus. Oder Philippa 1, haben wir auch heute schon mal gehört, den Philippabrief, Christus ist unser Leben. Christus ist unser Leben, das ist unsere Ausrichtung. Und die Frage ist, richte ich meine Gedanken so aus, dass sie in Einklang kommen mit diesen Realitäten. Und ich komme jetzt langsam hier zu einem Ende. Jesus Christus bleibt der Fokus. Und diese Gedankenausrichtung, finde ich, drückt sich auch so richtig schön, jetzt habe ich zwei Verse einfach mal ganz gnadenlos gemixt, so richtig schön aus in diesem Kolosse 1. Christus in uns, und ich hatte ja das letzte Mal authentisch in uns ergänzt, Christus ist in uns Gestaltgewinne, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das, was eben eigentlich Jüngerschaft ausmacht. Und ich glaube, ein Gedenk dieser Zitate, die ich auch gebracht habe, insbesondere dieses Zitates von dem Netflix-Chef, da bin ich zutiefst überzeugt davon, wenn wir in dieser Welt als Kinder Gottes leben wollen und es nicht nur für wahrhalten wollen, dann brauchen wir kraftvolle Eindrücke. Erfahrungen, Bilder, die diesem Strom an ständigen Eindrücken, Ein- und Vorstellungen, an Einbildungen, was auch alles da sein mag, in Gottes Bahnen lenken. Da braucht es mehr als eben, wie gesagt, mal ein Bibelferst zu hören. Und wenn wir auch in diesem, ja, auch das ist ja durchaus ein meines Erachtens negatives protestantisches Erbe, so diese Angst, mach dir ja keine Bilder, die Bibel ist voll von visuellen Formulierungen. Mach dich mal auf die Suche nach diesen ganzen vielen visuellen Formulierungen. Und deswegen sei jetzt auch einfach mal, zum Beispiel 2. Korinther 4, fixiert oder richtet eure Augen nicht auf das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. Das sind diese bizarren Formulierungen in der Bibel. Richtet eure Augen nicht auf das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. Oder 2. Korinther 3, im Betrachten seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Oder Johannes 17, ich bete aber am Schluss vom hohen priesterlichen Gebet, ich bete aber, dass die, die du mir noch gabst, das betrifft uns, mit mir sein und meine Herrlichkeit schauen. Also diese Gedankenausrichtung hat auch etwas mit Sichtausrichtung zu tun. Und ich schlage jetzt noch mal den Bogen zu dem, was der Uli gesagt hatte, eigentlich die letzten Male, die ganze Zeit eben auch, da hat er ja viel über David gepredigt. Diese seltsame Situation, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hat auch eine Sicht formuliert im Psalm 27, dies eine habe ich erbeten vom Herrn. Dies eine habe ich erbeten vom Herrn. Dass ich wohne im Hause des Herrn immer da, seine Schönheit zu betrachten. so anzuschauen. Das ist das, was David geschrieben hat, warum er dann auch ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Das alles jetzt, gerade jetzt, was er am Schluss gesagt hatte, mit dieser Sicht, da wäre es wert, es wäre es wert, noch viel tiefer zu bohren. Bloß ich glaube, eine zweite Predigt, das wäre jetzt vielleicht doch ein wenig viel. Aber versucht mal vielleicht, ich kann euch nur ermutigen, mal in diese Richtung nachzudenken. Vielleicht will jemand, wie gesagt, herzliche Einladung, nehmt euch so ein Büchlein, bitte dann aber auch lesen und am besten drauf rumkauen. Leben in der Gegenwart Gottes. Heiliger Geist, ich bitte dich, male vor unsere Augen eben diese Realität, diese Realität, dass du, Jesus Christus, alles schon getan hast, dass dein Werk vollbracht ist, als du am Kreuz qualvoll starbst für uns, auf das wir dieses Leben, das uns so oft so fremd ist, leben. Du bist auferstanden und das ist unsere Hoffnung. Du bist der Herr. Und egal, was wir mit unseren Augäpfeln, was wir mit unseren Ohrmuscheln sehen oder hören, wahrnehmen, du bist da, du bist gut. Halleluja. Großer Gott, du bist gegenwärtig. Amen.